So, jetzt begrüße ich euch total und recht herzlich. Also der Umbau ist fertig. Ihr seht, der Monitor funktioniert auch und die Damen und Herren hängen jetzt auch. Ich zeige es euch mal. Hat er vorhin schon gehangen, aber ist schon mal fertig. Dann ist hier alles fertig. Alles fertig. Alles fertig. Auch da hinten ist fertig. Auch da hinten ist fertig. Auch da ist fertig. Und wie gesagt, das sogenannte Highlight. So, öffentlich-rechtlich laufen da nicht. Da braucht keiner Angst haben. Fernsehen läuft da auch nicht. Wenn läuft da nur Cobra 11. Wenn läuft da nur RTL. Wenn überhaupt. Sogar in 3D. Ja, aber nur wenn. Wenn. Wohlmerklich. So, meine lieben Damen und Herren. Google wird erscheinen. Google wird alles um 360 Grad machen. Und wenn das 360 Grad ist, könnt ihr schnüffeln gehen. Ich werde alles anmachen. Licht etc. pp. Damit der Kameran richtig gut arbeiten kann. Ja, das unterbrechen wir kurz, weil ich nämlich kurz auch in eine andere Ecke gehe. Ich will das Ding jetzt hier nicht durch die Gegend fallen. Ich bin nämlich noch gar nicht fertig. Ja, auf dem Boden ist, der auf dem Boden ist 3D Star Wars. Das werdet ihr dann in dem 360 Grad sehen. Ich kann auch richtig laut machen, wenn ich will, aber das mache ich nicht. Also, wie gesagt, nur, wenn wir irgendwie, ne, wir sind ja ein Club. Wir sind ja ein Star Wars und, ne, der LF Scholzen, der gerade bei Unit Media ist. So eine Gastshow. Ja, bin noch nicht ganz fertig, aber schon mal so gut wie. Also, man kann das schon sehen lassen. Ich muss noch aufräumen. Wie das so ist, ich begrüße euch. Wie gesagt, total richtig herzlich. Und, ja, Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Und, ja, man hat, also, kein Ergo. Wir haben die Kopierstraße. Wir haben die Internetstraße. Wir haben die Stars und Sternchen. Oben steht es drauf, was wir alles machen. Ich habe auch super Figuren im Schaufenster. Werde sie sicherlich mal von außen aufnehmen. An dem Tag kann ich ja alles umstellen. Dann schauen sie nach innen statt nach außen. Das geht auch. Weil einige ältere Leute werden dann sagen, oh, ein Okotist. Der ist ja Okotist. Ne, ist er nicht. Sondern Star Wars. Das ist Raven. Und einer von den Ritter von Ren. So, Kylo Ren ist verkauft. Möchte ich neues Kutum holen. Ich habe Erdogan angeschrieben, weil ich gerne seine Sachen an einer Puppe anziehen möchte. Und diese Puppe möchte ich dann irgendwo hinstellen. Und dann sieht man dann Cobra 11 und so. Wie gesagt, ich habe ihn informiert, damit er Bescheid weiß, was ich alles gemacht habe. Ich habe auch Nils Bescheid gesagt. Und die kriegen auch alle die Fotos. Ja, ihr seht euch dann. Also 360 Grad bei Google im November. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, mehr kann ich da auch nicht machen. Wenn es nicht gefällt, Pech gehabt. Okay? So, wie man unschwer erkennen kann, ist auch die About-Me-Ecke hier. Wir haben auch ein Star-Telefon. Kann man also auch anrufen. So, das ist die About-Me-Ecke jetzt. Die ist der sogenannte Film-Club, ja. Erdogan, RTL. Auf der anderen Seite die Star-Movie-Kids, The Complete, Star Wars, Saga. Frank Wendler hängt hier. Ach, alle sind hier. Ja, Fanservice, 40 Jahre, wir zum Beispiel. So, meine lieben Freunde, ich bedanke mich total und recht herzlich. Ich habe auch von Anita und Maja wieder reichlich Informationen bekommen. Kann ich also nur sagen, spitze, spitze, spitze. So, ich bin jetzt so gut wie fertig. Ist ein bisschen viel gewesen. Ich bin jetzt ein bisschen müde. Ich habe euch halt gezeigt, dass ich umgebaut habe für euch. Ihr solltet euch auch wohlfühlen hier. Nicht nur Alarm für Kobra 11, nicht nur RTL, nicht nur Maja. Und wie sie alle heißen, Künstler helfen Künstler. Und das bleibt auch so. Welcome to the Star Wars Studio. Welcome to RTL. Welcome to Alarm of Kobra 11. Und so weiter und so fort. Also, ich möchte einfach nur ein gutes Entertainment machen. Ja, ein Cursley Entertainment Show. Steht da auch oder ist da auch. Ich gehe mal gleich auf die andere Seite. Ich mache mal noch einen Schwenk.